Auch die Skepwaffe hat ihren Dienst gut gemacht. Wir sind hier unten an der Dienststraße. Wie heißt sie? Miria. Miria. Miria Prospekt. Wir müssen hier eigentlich rein. Danke. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das erste Mal. Wir müssen, glaube ich, hier raus. Und drüben wir ins nächste rein. Das war's für heute. 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 Hast du mit deiner Waffe geklappert? Nee. Ich hab' keine Granate mit. Da ist hier... Das war's für heute. 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 Okay. Pass mal auf, dass keiner dafür davon reinkommt. So gehen wir schon. Okay, jetzt schon. Der Arm ist noch dran. Da sitzt, hier liegt die Ratte mausetot, mausetot, der hat noch eine Bodyarmor, falls du keine hast. Der hat ja Schlumpfenuniformen. Oh, schönen Wuppert hat er, geil. Und dann meine Packung, wir können die nehmen. Mhm. Greif zu. Ich hab gedacht, sie kommt bitte, oder sie kommt nicht bitte. Ja. Geh weg hier. Guck, ob das was wird. Da kommst du nicht durch. Ah, hier liegen sie. Sieht man aber auch schlecht. Geh weg hier. Mhm. Ja, würde ich auch hier reingehen unbedingt, die reingehen. Nö, ich hab das mal. Oh, ich dachte erst, da hat man was Schrotflinde geschossen. Mhm. 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 Okay. So, müssen wir jetzt. Polizeistation. MG und Rausch. Die weiß ich nicht. Ja. Das war's für heute. da schießt noch ich habe geschaffen sicherheitshalber hey alter war gut ja hier labe dich die mdr kannst du schon mal rausnehmen damit kommen wir zu rechts ich komme es weg alles hier naja wenn ich bin ja auch noch nicht fertig und bluten auch keine mokka schiene weg so warte mal was machen wir jetzt anderes nehmen wir halt mal die pflegen ein bisschen im auto ja du kannst die avs noch nehmen alles das hat sich ja mal voll genoten bis jetzt okie dokie da kommt da kommt es ne 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 Oh, da holst du jemand. Das war's, gell? Okay. Aber die MDR spießt auch wie ein Laser, Alter. Ja, ja. Ja, okay. Na. Es frisst. Ich hab noch einen Schluck trinken kann man. Da ist jetzt nicht die TM, die er gab. Ja, die hat er anderen abgenommen. Ja, hat ja schon Spöhe gekillt. Dann kamen wir. Der Pilb, wenn man sie beraten. Was hat der Beutelmesser? Ein Thermal? Was hat der Beutelmesser? Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, was er gesagt hat. Jetzt muss ich... Wie hieß das Scheißding? Analog? Ne, was hat der Beutel immer gesagt? Scheiße, weißt du es noch? Thermaluhr, Svenni! Genau, eine Thermaluhr! Ja, eine Uhr! Auf uns, ja stimmt, eine Thermaluhr! Geil! Eine Thermaluhr! Genau, das war's! Geil! Nichts wird hier vergessen! Dein MG ist hier links auf der linken Seite. Oh, ich lasse mir ein T-Shirt bedrucken! Ja, das ist geil! Das müssen wir machen! Mit einer Thermaluhr! Ja, ich geh mal schnell hin! Ne, hier hinten können wir! Ach ja, okay! Jetzt können wir gleich unten raus springen und haben gleich unser Taxi vor der Nase! Ich glaube, da lachen nur Insider auf der Straße! Ja? Das wär's! Stell dir vor, du läufst mit so einem Ding auf der Straße und dann lacht sich einer kaputt, Alter! Den du gar nicht kennst! Das wär ja mal geil! Ja, das wär doch ein geiler Reut! Jetzt kommst du nicht vorbei, ne? Ah! Das geht so ohne weiteres! Au! Hey, mal weiter da! Hey, mal weiter da! Es kömmet was! Hm! Sollen wir uns das nicht zinichte machen! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ab in die Garage! Zu spät! Alles gut, Jungs! Das wäre geil, wenn man in eine Stube geht und dort vom Schrapnell in tausend Stücke zerfetzt wird. Ich nehme gerne Tipps an, Leute, deswegen ist es nicht so schlimm. Wer sind denn das? Gute Frage. Ich könnte auch auf drei tippen. Möglich, auf jeden Fall. Wir sind gut ausgestattet eigentlich. Eigentlich ja, aber der hat aber auch drei Granaten geschmissen. Die haben wir nicht. Nee. Ich glaube, sie sind weggerannt. Ich hoffe. Die können ruhig gehen. So kommen alle hei raus. Einer schlumpft noch durchs Unterholz. Mh. 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 Stacheldrad. Mh. 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 Das ist franchi. Mh. Mh. Ich der worksheet. Gelt es! Madame Lamache the G便 ist. Ich hab nicht wegenhören, aber er lebt also noch. Ja, einer ist tot. Bin er tot, okay. Sein Kumpel will hier auch gleich den Heldentod sterben. Weg ist er! sehr gut aber er hat das getroffen hat er das blut an der wand hinterlassen oh ja hier habe er ein abgezogener hund 6 irgendwie sowas keine ahnung ja das geht nach oh ne svd hat er einer ich schmeiß mal hier noch eine weste hin wenn du so mitnehmen möchtest bei jetzt habe ich ja Mist gemacht die kriege ich gar nicht weg die braucht ja vier Felder ich bin fast gerannt ok schade so kannst du die mitnehmen wenn du möchtest jetzt ist auch mal ein schluss hier warte ich war noch nicht fertig ich muss mein Zeug noch rüber stapeln wollte mal was looten hier die Azi-Mut genau und ne die Zuck die seh ich gar nicht ist hier bei dem Zeug aber kannst du die SVD mir alles egal ich habe auch keine Munition für die DTMTR mehr das ist schade ach so alles mitnehmen was geht hier das ist gar nicht so einfach mhm voll da dreht sich doch schon wieder so ein Experte ja ich drinnen ich drinnen schade pelz mütze Oh, my God. Oh, ich habe hier irgendwo ein Magazin verworfen. Hat einen Lauf. Ja, muss er auch mal wieder sein, weißt du. Ja, nachdem wir hier ein paar Runden lang nur geschluckt haben, wie die Schluckspechter. Voll wahr. Na, dann machen wir uns raus gleich hier. Ja, wir können uns warten. Oh. 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 Oh, ich kann. Kommt was. Steps. Scheiße. Aua, 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 aua. Aua. Klei, wo bist du? Den hab ich. Okay. Ich bin drin. Ist das Polizeiauto schon weg? Nee, eigentlich nicht. Er verpisst sich. Wir müssen irgendwie schnell zum Polizeiauto kommen. Zum Wachsen, meine ich. Wenn die klappen. Können die klappen. Ja, geil, wenn es klappen wird. Wir brauchen es. Ja, wir versuchen es so mal. Die Zeit. Die Zeit. Ja, die ist schon gut. Dann merkt man den Unterschied. Auf jeden Fall. Danke, Thomas. Aber noch sind wir nicht draußen. Das Getspieler wollte uns abtreppen, die Hunde. Ja. Ja. Ja, definitiv. Oh, yes. Raus geht's. Geil. Geil. War eine schöne Runde. Die war mal richtig geil. Best geschafft. Und geil abgestaubt. Mhm. Für jeden was dabei. 3.500 XP. Das war wie Weihnachten. Eisgäste, sag ich mal. Geil. Und die auch. Wollen wir mal Glück haben. Ja. Das war ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.